Okay, nochmal ein neuer Versuch. Thema gesellschafts... Ne, politischer Aktivismus, genau. Soeben war ich ja bei Gesellschaftskritik und dann auch kurz das Thema Selbstmord angeschnitten und jetzt bin ich beim Thema Aktivismus. Aktivismus, wie kann man die Gesellschaft verändern? Viele sagen, man kann die Gesellschaft gar nicht ändern, man kann sich nur anpassen. Und das Ding ist, es gibt ziemlich viele Bewegungen, also ins Klima und so weiter, aber es gibt halt... Ich sehe keine Bewegung, die grundsätzlich irgendwie versucht, was zu ändern, wie miteinander kommuniziert wird, also gegen die Feindseligkeit arbeitet und viel mehr Respekt und Weltstützung generell und auch die Arbeitsbedingungen, also auch, dass die Menschen mehr ihren eigenen Wert erkennen, was sie eigentlich ertragen. Da sehe ich halt eigentlich keine Bewegung, die in diese Richtung geht und deswegen schließe ich mich auch keiner anderen Gruppierung an und mache halt einfach meine Sachen und falls das irgendwie mal jemand sieht, kann er sich gerne melden und sich beteiligen, das ist halt das, wofür ich lebe, das ist nicht mein Beruf, das ist meine Berufung, die Gesellschaft zu analysieren und Wege zu finden, irgendwas dagegen zu tun. Und ich hatte ja vorhin auch schon was genau in einem anderen Video kurz drin gehabt zum politischen Aktivismus, dass ich der Meinung bin, dass jetzt weder Proteste wie Querdenken irgendwas nützen oder auch Hungerstreiks, wo einfach dann, wir wollen wieder Freiheit, ansonsten verhungere ich hier. Also das Problem ist, die Menschen verstehen das nicht, denke ich. Die andere Seite hält sich ja für frei. Viele halten sich für frei, viele sehen ja kein Problem und wenn man einfach sagt, das einfach so einfach so platt sagt, ohne große Erklärung, dann kommt das ja gar nicht bei den anderen an. Deswegen, ja, braucht es, finde ich, andere Wege. Also nicht Demo, sondern, und auch nicht, hier, Hungerstreik. Es braucht eher, so nach, auch, die Idee fand ich ganz gut, Mitmachausstellung oder etwas Interaktives, dass man mit den Menschen zusammen darüber nachdenkt, was ist eigentlich Freiheit, was braucht eigentlich eine freie, ein freier Staat, braucht ein freier Staat, offene, freie Menschen, was ist eigentlich mit der ganzen Angst und dem ganzen Misstrauen bei den Menschen, was gibt es denn für Symptome bei den Menschen, dass sie voller Angst und Misstrauen sind, was ist das Menschenbild der Menschen, also gehen sie auf den Menschen eher mit Vertrauen zu oder eher mit Angst, oh, Konkurrenzsystem, der will mir eher was Böses, der will mich wieder ausnutzen, auch negatives Selbstbild, ja, die denken doch alle negativ über mich, also, da ist halt sehr viel negatives Mindset einfach, finde ich, gibt es da sehr viele Symptome für, äh, politischer Aktivismus, ich glaube halt an die Macht der Kunst und Geschichten und versuche irgendwie halt unterschwellig da halt irgendwie was, äh, unterzujubeln an Werten, äh, das ist halt das, also, eines meiner Beispiele ist Geduld, man kann sagen, seid doch einfach mal geduldig, so komplett plakativ, oder halt mal ein Beispiel, hier, Buch, Geduld, man kann jetzt einfach reinschreiben, auf die erste Seite, sei geduldig, oder, die unterschwellige Art ist zum Beispiel, wenn man nicht einfach hinschreibt, auch von sich die Plakativ, sei geduldig, sondern, man bedruckt unregelmäßig, äh, die Seiten, also, dass nicht einfach jede Seite steht, sondern man muss Zeit aufwenden, um zu suchen, ah, wo, auf welcher Seite ist jetzt das nächste Wort, dann muss man geduldig sein, um das zu verstehen, was da steht, wenn man es verstehen möchte, das heißt, dieses sei geduldig, kommt dann unterschwellig zum Vorschein, und das ist das, was ich meine, das ist, die Art, äh, also auch mit Parabeln, dass man versucht mit Parabeln, Dinge, zu verdeutlichen, irgendwie, mit Metaphern, so unterschwellig, dass dann, kein Widerstand kommt, weil wenn man sagt, äh, ganz einfach, äh, wir wollen Freiheit, wir wollen Demokratie, kommen halt die anderen und sagen, das ist doch verrückt, das gibt es doch alles schon, genau, und diese ganzen Abwehrreaktionen kommen dann, also diese ganzen Verdrehungen, äh, weil jeder eben hier in seinem eigenen Film ist, das heißt, es braucht da eine ganz andere Art der Kommunikation, ja, und ich habe heute ein Zitat von Erich Fromm nochmal gelesen, die Fremdsprache, die wir alle beherrschen sollten, wäre die Symbolsprache, also, eine universelle Sprache, wo wir halt, äh, uns erreichen können, trotz verschiedener Spaltungen, äh, genau, politischer Aktivismus, Thema Selbstmord, passt jetzt halt auch dazu, äh, ich lebe halt für den gesellschaftlichen Wandel, das wird vielleicht oft nicht wahrgenommen, aber es ist halt eigentlich das, was meine Berufung ist, und wo ich ziemlich viel Zeit rein investiere, die Gesellschaft zu analysieren, und Wege zu finden, irgendwas zu tun, dagegen, oder, oder halt auch dafür, für mehr Wertschätzung, Wertschätzung ist ja einfach tatsächlich eines der Wörter, was eigentlich ziemlich passend ist, es wird sehr viel ausgetauscht, schnell weggeschmissen, schnell, 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 Menschen werden ausgetauscht, äh, ja, keine Zeit richtig zu lesen, wir haben einfach sehr viel Zeitknappheit, da, denke ich, hängt dann auch das Verschwinden von Wertschätzung mit dran, ja, und Selbstwert halt auch so, wenig Selbstwert, also, wollen alle was Böses, äh, und, es wird zu viel ertragen halt, und darauf wird, ja, es wirkt halt auch schon so, du sollst dich halt anpassen, du zählst nichts, du als Individuum zählst nichts, passt dich an, das ist eigentlich, Widerspruch dazu, dass eigentlich, volkssouverän, also der Mensch eigentlich als Individuum mächtig ist, ja, also, Widerspruch aus, du als Einzelner, bist du souverän, und, auf der anderen Seite, wird das Individuum geschwächt, du bist nichts, und, äh, pass dich an, oder verpisst, oder verpisst, sich halt, genau, und eigentlich bräuchte es eine Partei, die nicht die Partei ist, Satirepartei, sondern es bräuchte eine ernsthafte Partei, äh, ja, also Partei, da gibt es ja auch wiederum, eigentlich Herrschaft, Regierung, eigentlich bräuchte es halt eine Gruppierung, vielleicht gibt es ja auch schon Gruppierung, es gibt ja auch schon einiges, was, äh, ja, wie viel Wandel ist, naja, Selbstmord, politischer Aktivismus, auf jeden Fall ist Selbstmord auch ein Mittel des politischen, kann Selbstmord auch als Mittel des Aktivismus benutzt werden, hatte ich überlegt, weil ich würde tatsächlich für die Gesellschaft sterben, eigentlich, also, weil das ist ja mein Hauptziel, also, ich lebe ja nicht für eine Karriere oder irgendwas, sondern ich lebe tatsächlich für den gesellschaftlichen Wandel, ich bin ja nicht der Einzige, das ist nämlich der Punkt, das ist nicht egoistisch gedacht, ich bin nicht der Einzige, und das weiß ich, der unter der Gesellschaft leidet, also, es gibt genug Leute, wie auch die Arbeits- und Aufsachlosen hier, die ausgegrenzt werden und unter der Gesellschaft leiden und mit ihrer Art hier keine Anknüpfung finden und es gibt ganz viele Depressive, es gibt genug Leute, die unter einer Normalität und der Gesellschaft leiden, das heißt, der Kampf ist nicht nur für mich egoistisch, sondern für verschiedene andere und, ja, da stecke ich sehr viel rein und wenn ich irgendwann Selbstmacht machen sollte, würde ich den politisch instrumentalisieren und tatsächlich vielleicht auch so sagen, ihr seid schuld daran, ihr ganzen Gutmännchen seid schuld daran, dass ich mich jetzt umgebracht habe und jetzt, seht endlich ein, was ihr hier für eine Scheiße verzapft habt und reflektiert mal euer Verhalten, wie ihr auf andere Menschen angegangen seid. Wahrscheinlich wird dann das keiner einsehen und sagen, hat sie umgebracht, Egoist, selber schuld, so, einfach geil und, ja, aber vielleicht wird man dann ernst genommen, also, das ist ja die Frage, was muss man eigentlich tun, um ernst genommen zu werden, also, was muss man eigentlich androhen, dass man ernst genommen wird, also, das ist ja auch der politische Aktivismus, also, wie weit muss man gehen, dass man gehört wird, also, dass mal was getan wird und, ja, aber da hatte ich ja vorhin schon sowas gesagt, das schneide ich vielleicht einfach hier hinter, äh, genau, passt dann auch mit Start weg zu dieser Zeitung hier, ich glaube, das war es das jetzt, also politischer Aktivismus, Proteste, Demos, äh, Hungerstreik, Kunstgeschichten, subtil, subtil irgendwas, dass keine Abreaktion stattfindet, also, weil dieses Fordern, wir wollen Freiheit, oder ihr seid das und das, das meine ich, das kommt, das bringt nichts, das wird nicht verstanden, man muss sich, man muss, ja, ich habe, ich vergleiche das schon gerne mit einem Physiklehrer, man muss sich in die anderen empathisch einfühlen, die man erreichen möchte, die Zielgruppe, und dann, ja, da abholen, wo sie sind, wie kann ich das jetzt verpacken, die Verpackung ist nämlich das, dass es bei denen ankommt, genau, ich mag das, mit der Verpackung, dieses Bild, äh, es wird halt oft gesagt, die Information ist da, auch zum Klimawandel und so weiter, warum tut sich nichts, das, ich glaube, das kann alle betreffen, die für irgendeinen Wandel kämpfen, es mag sein, dass alles auf dem Tisch ist, Information, und dann kann man sich aufregen, warum die Leute denn nichts tun, ja, vielleicht haben wir die Information einfach noch falsch verpackt, das ist, glaube ich, oft der Punkt, wir müssen die richtige Verpackung finden, einen richtigen Kommunikationsweg, dass es aufgenommen wird, ohne dass es abgestoßen wird, und habe über politischen Aktivismus nachgedacht, also erst mal, auch vielleicht ganz interessanter Gedanke, habe ich überlegt, gesellschaftliche Spaltung, erst mal die Frage, ist die Gesellschaft gespalten, ja oder nein, wenn man sich dann, und dann ist die Frage, in welche Teile ist die Gesellschaft eigentlich gespalten, und ja, am ehesten eigentlich, Staatssystemgläubige, und eben das Gegenteil, die da nicht dran, nicht glauben, sich nicht so stark damit identifizieren, und dann habe ich darüber nachgedacht, was bedeutet es eigentlich, gegen den Staat, gegen die Gesellschaft zu sein, gegen die gesellschaftliche Ordnung, oder auch Staatsfeind zu sein, das bedeutet im Grunde, gegen Ungerechtigkeit zu sein, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, und wenig viel besitzen, und ja, Minderheitenschutz, Minderheiten halt ausgegrenzt werden, und gesagt wird ja, passt sich halt, wenn du dich nicht anpasst, kannst du das dann verlassen, wobei es halt auf die Minderheiten ankommt, wie auf die Wissenschaft, es gibt gute und schlechte Minderheiten, äh, genau, also politischer Aktivismus, Spaltung, da habe ich mich halt gefragt, wie weit darf eigentlich Protest gehen, also bei den Klimaaktivisten, war es jetzt, dass sie sich auf die Straße kleben, oder jetzt auch, äh, Gemälde praktisch zerstören, und ich habe jetzt hier meine, äh, meine eigenen Sticker kreiert, und, äh, auch welche schon verklebt, am Tag, fand ich auch ganz interessant, also die Frage, wann verklebt man das, möchte ich auch einmal kurz erzählen, ich habe das einfach am Tag gemacht, weil ich bin der Meinung, erstmal die meisten Leute gucken eh weg, und scheren sich um nichts, deswegen einfach am Tag hinkleben, dann ganz wichtig, selbstbewusst auftreten, nicht irgendwie die ganze Zeit umgucken, ängstlich, hoffentlich sieht das keiner, gerade dann, äh, merken die Leute, ah, das ist wahrscheinlich nicht rechtmäßig, was man da tut, auf der Seite ist es ja auch ungerecht, andere dürfen ja auch Sticker dahin kleben, also, warum darf ich das dann nicht auch, und dann, das war heute auf dem Weg, die Gedanken, politischer Aktivismus, und dann ist mir aufgefallen, eigentlich müsste man die Sticker irgendwo ganz anders hin kleben, an die Fenster der Polizeistation, oder sowas, wo sie mehr anecken, dass sie mehr bewegen, und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich dann im Knast am Ende lande, weil ich meine, manche Protester sind ja auch irgendwie im Knast gelandet, und, äh, ja, da habe ich überlegt, ja, dass das ja eigentlich auch nicht schlecht wäre, vielleicht würde das dann von den Medien aufgegriffen werden, also, es muss, und da habe ich, dann war, dann war nämlich die Leitfrage, darf man Unrecht begehen, um anderes Unrecht zu beseitigen, also jetzt zum Beispiel da, Vandalismus und sowas, oder Porträts, oder auch Extinction Rebellion, die eher die Flüsse färben, wie weit darf der Protest gehen, äh, auch zu welcher Form von Gewalt, ich würde sagen, das kann man nicht objektiv beantworten, ich möchte keinem die richtige Antwort vorweg nehmen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, und, äh, äh, es hat halt Vorteile und Nachteile, auf der einen Seite, das Ding ist angenommen, also ich persönlich bin eigentlich gegen Gewalt, und, äh, wenn ich jetzt aber mit Gewalt praktisch kämpfe, um meine Ziele durchzusetzen, dann bin ich ja meinem, wenn ich ja meinem Leid, dass ich bin gegen Gewalt, gar nicht mehr treu, das heißt, ich veruntreue meine eigenen Werte, auch wenn ich sage, es ist ja eigentlich für was Gutes, aber ich werde eigentlich unglaubhafter durch, äh, ja, spannend, also, Autorität, Gewalt, also man kann mit Gewalt, Zwang, irgendwie Unrecht begehen, äh, etwas bewegen, aber man kann auch Autorität aufbauen, indem man einfach sich selbst treu bleibt, und diese Stärke hat, dass die Menschen freiwillig sich ändern, oder irgendwie sich was ändert, und das ist eigentlich mein Weg, und, äh, ich habe gestern eine Obdachlosen-Arbeitslosen-Zeitung gekauft, in, äh, Köln-Messe-Deutz, da gab es nämlich auch was Spannendes zum Thema drin, Ja, ich habe mir jetzt nicht die ganzen Details gemerkt, aber es ging sehr viel um Star Trek und alte Star Trek Folgen, neue Star Trek Folgen, und was es da alles an Völkern und Figuren bei Star Trek gibt, ich habe mich damit nie richtig auseinandergesetzt, aber es wurde eine Szene beschrieben, die hat sich bei mir eingebrannt, wo einer die Möglichkeit hatte, sich am Feind zu rächen, und für die gute Sache im Prinzip, äh, den anderen zu töten und damit halt Frieden herzustellen, also wie wenn man jetzt Putin abknallt, also mit Gewalt irgendwie, den Frieden herbeiführen, und in dieser Star Trek Folge, äh, wurde das aber nicht gemacht, da wurde der andere Böse lebend gelassen, und das hat die anderen so stark beeindruckt, diese Größe, diese Stärke, äh, auf Gewalt zu verzichten, und auf Rache, äh, ja, das ist gar nicht notwendig, da Gewalt zu verwenden. Ja, und das finde ich sehr spannend, deswegen bin ich tatsächlich der Zwiegespalten zwischen, äh, Unrecht begehen, also Gewalt verüben, also irgendwas von der Lin kaputt machen, fremdes Eigentum, um eigene Ziele zu erreichen. Äh, da bin ich eher für harmlosere Wege, und tatsächlich eigentlich, das ist meine Grundidee jetzt halt, jetzt wird es hier laut, vielleicht gehe ich doch mal weiter.